It's all the things you never showed. There are the things I want you to know. Hallo und herzlich willkommen im Moomba Camp Kanal. Wie ihr wisst, befinden wir uns aktuell auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Ja, wir waren eben am IRIWA-Stand. IRIWA-Stand haben wir auch schon fertig, haben nette Sachen gefilmt für euch. Dann sind wir hier über einen Museumsstand gefallen. Da haben wir den netten Kollegen dabei. Darf ich fragen, wer du bist? Ich bin Sascha. Ich bin der Direktor vom Erwin-Hümer-Museum. Also, wie ihr hört, Erwin-Hümer-Museum Tradition, also durch und durch. Hier sind ein paar Fahrzeuge mitgebracht worden auf der Messe. Wir stehen jetzt vor einem Fahrzeug. Der erste Blick ist, wenn einer vorbeikommt, hat keine Ahnung, ist ein Bus, oder? Ja, sieht erstmal so aus. Für mich ist das das schönste Reisemobil hier auf der ganzen Messe. Es ist zumindest auch das meistfotografierte. Das ist ein Mi-Car-Fahrer von 1959. Was ist das Besondere an dem Fahrzeug? Das war damals mega-exklusiv. Das hat über 50.000 Mark gekostet. Und wenn man sich überlegt, das war 1959. Also so ein Gehalt von 500 Mark, vielleicht 400 Mark Durchschnittsgehalt? Ungefähr, ungefähr. Also man konnte da auch zu der Zeit ein Haus verkaufen. Okay. Und ja, wie viel Stück gibt es davon noch? Wissen Sie vielleicht? Das ist schwierig wahrscheinlich, ne? Insgesamt wurden von diesem Modell ungefähr ein Dutzend gebaut. Angeblich sind noch sieben existent. Ja. Das hier ist noch relativ in einem guten Originalzustand. Das Besondere an diesen Mi-Car-Fahr-Modellen ist, dass sie einen BMW V8-Motor haben. Oha. Und zwar nicht vorne, sondern hinten. Okay. Und das wurde wahrscheinlich immer warm, ne? Das kennt man ja von den alten T1ern, T2er mit Heckmotor. Genau. Das wurde warm, aber im Gegensatz zu einem T1 oder T2 hatte der halt auch ordentlich Leistung. Der hatte 100 PS und das war echt eine Ansage von 1999. Das heißt, das war schon 100 kmh? Ja, das war durchaus möglich. Okay. Über den Verbrauch brauchen wir nicht sprechen, oder? Nein, darüber spricht man nicht. Ihr seid aber mit den Fahrzeugen hierher gekommen. Also viele haben Kennzeichen oder habt ihr sie transportieren lassen? Einige haben tatsächlich Kennzeichen. Die sind regulär angemeldet. Die kriegen auch regelmäßig TÜV. Aber wir haben die Fahrzeuge tatsächlich transportieren lassen. Der erste Gedanke war wirklich, ihr seid damit hergekommen. Ja, aber das wäre ein bisschen zu lang gewesen. Okay. Magst du das Fahrzeug uns mal ein bisschen von innen näher bringen? Ja, gerne. Wir können mal reingucken. Abi, wir befinden uns jetzt im Inneren des Fahrzeuges. Ja, was gibt es erstmal zum Fahrzeug im Inneren zu sagen? Naja, das Besondere, da stehen wir gerade neben. Wir haben hier eine Leiter. Wir haben noch eine zweite Etage. Weil der Mikafa hat nämlich eine begehbare Dachterrasse. Ja, das blenden wir euch gleich nochmal mit einer schönen Aufnahme ein. Ich sehe Küchenzeile. Küchenzeile. Wenn man überlegt, Baujahr 1959. Ich habe ein bisschen geschichtlich, ein bisschen bin ich vorgebildet, was das betrifft. 1959 gibt es Leute, die haben nicht mal eine Küche in ihrer Bude gehabt. Das ist tatsächlich so. Also wenn man sich mal überlegt, wie es in Deutschland 1959 aussah und dann das im Vergleich setzt zu einem Reisemobil für über 50.000 Mark. Das war hier ein gut ausgestattetes Einfamilienhaus. Ich habe eine Küche, ich habe ein WC, ich habe genügend Schränke, ich habe die Dachterrasse, ich habe einen großen Wohnbereich und ich habe 100 PS. Das heißt also seinerzeit eigentlich die ersten VW Käfer, Zelte in den Süden und dann gab es einen betuchten kleinen Kreis, die dann auch wirklich, wie so heute Morello und ähnliches, dann losgefahren. Das ist tatsächlich vergleichbar. Das war jetzt kein Auto für die Masse. Der Käuferkreis war relativ gering aufgrund des hohen Preises, aber die wurden verkauft. Wie schläft man in dem Fahrzeug? Erstmal würde ich sagen gut. Also man baut doch hier die Sitzgruppe um? Ich kann den Tisch runterlassen. Eigentlich der Grundriss ähnlich wie bei heutigen Reisemobilen. Umbau, Heckssitzgruppe zum Schlafbrett. Okay und im weiteren Verlauf nach vorne. Gehen wir mal ruhig durch. Am besten hier geht man vor. Ja, gehen wir mal mit der Kamera. Dann können wir hier uns weiter unterhalten. Genau. Magst du mal eine Tür aufmachen, Moritz? Und dann, was haben wir jetzt hinter der Tür? Das ist alles Stauraum, das sind Schränke. Ich habe viele Möglichkeiten auch Sachen aufmachen. Aufzuhängen, nicht nur zu falten und ins Regal zu legen. Ich habe Schränke. Ich habe eine komplette Nasszelle mit einem richtigen Waschbecken. Ich habe hier noch zwei Stockbetten. Und ja, Stauraum ohne Ende. Okay. Und auf der... Ach, da ist das Stockbetten. Mensch, das habe ich gar nicht gesehen. Zwei Stockbetten. Also das heißt ja wirklich, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Zwei Erwachsene, zwei Kinder, genau. Kassen hier ohne Probleme rein. Können hier gut drin leben. Was mich wirklich überrascht ist, warum gibt es hier so viele Kleiderhaken? War das damals so? Also wenn man sich die Kleiderhaken mal anschaut, wenn man sich die Details anschaut, wie die geschwungen sind. Das ist ja so typisch 50er Jahre, 60er Jahre. Und natürlich hatte die Frau auf Reisen auch das Kostüm mit dabei. Gerade, wenn das jemand ist, der sich so ein Fahrzeug leisten kann. Zum Motor. Also jetzt denke ich so 1959, 50 PS? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also 50 PS war 1959 ja schon durchaus so gang und gäbe. Aber der hier hat einen V8 Motor von BMW. Das ist der V8, der auch in dem BMW Barockengel drin steckt, in dem 501, 502. Und der sitzt hier im Heck und der hat 100 PS. Also Reisegeschwindigkeit von 100 kmh? War durchaus möglich. Ich glaube, wenn man etwas langsamer fährt, ist das auch okay. Aber war durchaus drin. Also ich muss ja sagen, in allen Details, was wir bis jetzt gehört haben, Vorreiter seiner Zeit, oder? Ja, absolut. Es gab nichts Vergleichbares. Ja, wir befinden uns immer noch beim Erwin Hümer Museumsstand. Ja, jetzt haben wir mal ein besonderes Fahrzeug, was Wohnwagen, Wohnmobil in einem Verein, meiner Meinung nach, heute auf Offroad-Fahrzeugen zu finden. Also eine Art Aufsatz fürs Fahrzeug. Was haben wir hier Besonderes? Das ist ein HECU Car Camp. Das ist eigentlich ein Aufsatz, eine Kabine, die ans Auto geschnallt wird, so ähnlich wie eine moderne Absatzkabine. Das Besondere ist hieran aber, dass ich eine eigene Achse habe. Das heißt, es ist ein sechsrädriger Wohnwagen mit einer Kabine, basierend auf dem Opel Astra. Die Frage ist jetzt aber, ich kann die Kabine abmachen oder ist die Kabine immer fix? Ne, ich kann die Kabine abmachen. Und es ist nicht fix drauf. Die ist fixiert oben am Dach auf einer Schiene und unten mit so kleinen Stahltuchs am Auto. Und dann ist es der typische Opel Astra, den ich dann fahre? Ganz normal von der Stange Opel Astra. Der hat eine kleine Modifikation am Unterboden. Das sind so kleine Vierkantrohre, da wird das Fahrzeug dann draufgeschoben, hinten der HECU. Und dann kann ich auch ganz normal mit dem Astra fahren. Jetzt noch eine technische Frage dazu. Kann ich denn mit der normalen Geschwindigkeit fahren oder ist es dann reduziert worden? Ja, ich glaube, man sollte nicht mit der angegebenen Höchstgeschwindigkeit fahren vom Astra. Ob tatsächlich im Fahrzeugschein dann eine Eintragung vorgenommen ist, dass die Höchstgeschwindigkeit reduziert ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es ist ja eigentlich schon ein netter Gedanke, wenn man sich das vorstellt, dass es ein Astra GSI wäre. Ja, das war damals ja auch gut angesagt. Wie viele wurden davon verkauft? Wissen Sie, waren das große Stückzahlen? Nein, das waren relativ kleine Stückzahlen, überschaubar, etwas über 100 Stück, so 110, 115 Stück. Und tatsächlich sind bis heute nur noch so 10 in etwa bekannt. Also wirklich ein Museumsstück in dem Sinne, ne? Ja, auf jeden Fall. Leben dann drin ist, wir filmen das ja gleich nochmal zum Innenraum, kannst du noch was sagen? Super Raumökonomie, also richtig clever ausgenutzt. Ich habe auch ein WC dabei, ich habe eine große Liegefläche, ich habe viel Stauraum, viele Schränke. Das ist schon Wahnsinn, was sie aus einem kleinen Raum rausgeholt haben. Was wissen Sie darüber, wer so das Klientel dafür war? Ich glaube, das waren eher Leute, die keine Lust auf Wohnwagen ziehen hatten, die vielleicht ein bisschen durchaus schneller unterwegs waren wollten, aber auch nicht so großes Wohnmobil haben wollten. Also vielleicht für die Stadtmenschen-Dachzelt-Generation so? Ja, sowas in der Art. Das ist so die Dachzelt-Generation. Ja, vielen Dank. Gerne. Das ist so die Dachzelt-Generation. Ja, nochmal zurück an den Erwin-Hümer Museumsstand. Was wir hier noch haben, ist ein sehr spektakuläres Fahrzeug, auch vom Baujahr her. Wir sehen das ja Baujahr 1976. Ein vollintegriertes Wohnmobil auf Mercedes-Basis, das Hümer-Modell 520D. Wir haben hier eine Länge von 5 Metern. Muss man sich ja mal auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben oberhalb der Fahrerhauskabine so eine Art Dachgepäckträger. Man sieht so kleine Details. Mag zwar nachträglich nachgerüstet worden sein. Dann auch ein kleiner Ventilator im Fahrzeug, sodass das Fahrzeug auch wirklich total reisetauglich ist mit der Rundsitzgruppe im Heckbereich. Ja, Baujahr 1976. Wir haben hier einen Typ Reisemobil. Die Länge ist 5 Meter. Die Breite ist 2050 Millimeter. Wir haben hier eine Höhe von 2600 Millimeter. Ein Leergewicht von 1795 Kilo. Zulässiges Gesamtgewicht war damals 2400 Kilo. Ja, wir haben hier zwei Schlafplätze. Fahrzeug basiert auf einem Vierzylinder-Diesel. 2, also 2180 ccm Hubraum. Wir haben hier eine sagenhafte Leistung von 44 kW und 60 PS. Was damals für Fahrleistung von 105 kmh ausreichte. Ja, man muss sich mal vorstellen, 1976. Kaufpreis 34.000 DM. Ich denke mal, ein Durchschnittsgehalt wird so bei 8.000 bis 10.000 Jahresgehalt gewesen sein. Nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Ich denke aber, das passt. Also, wenn mir da jemand was in die Kommentare schreiben kann, der sich auskennt, was 1976 so das Durchschnittsgehalt war, ohne zu googeln, wären wir euch dankbar. Ja, man sieht das Frischwasseranschluss an der Außenseite. Außenstromsteckdose. Wir haben hier ein separates Badezimmer. Ja, die Anmutung damals, 1976, war halt dann noch eher Wohnwagen-Style. Also, jetzt nicht mit Glattblech und ähnliches. Das gab es zu seiner Zeit ja auch nicht. Aber ein vollwertiges Reisemobil. Man sieht es hier sogar mit den Abflüssen an den Seiten für Wasserauslass. Ja, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Bis dahin, euer MoMA Camp Kanal. Bis dahin, euer MoMA Camp Kanal. Bis dahin, euer MoMA Camp Kanal.